Nutze deine innere Zauberkraft, um die gestohlene magische Tagebuchseite zusammen mit Emily Jones und dem Adler Lumia zurückzuholen. Dieses spannende Lego-Elf-Set enthält eine vollbewegliche baubare Adlerfigur mit Platz für eine Spielfigur, eine Hölle mit drehbarer Schatzkiste, ein auf dem Kopf stehendes Bett für die Fledermaus sowie einen Felsvorsprung mit einem Fledermausgleiter samt Scheibenshooter. Dieses kreative Spiel-Set enthält eine Spielfigur sowie eine Fledermaus und eine Spinne als weitere Figuren. Bis zum nächsten Mal.